Könnt ihr raten, welche Person ich hier als Zimmer stelle? Die Person, die ich erstelle, kommt aus einer magischen Welt. Die Person ist weiß und relativ blass. Die Augen sind blau. Die Nase finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Die gehört vielleicht noch ein bisschen breiter unten. Und oben gerade. Augen sind so eigentlich schon richtig gut. Aber die Nase gehört doch ein bisschen schmaler. Lippen etwas breiter. So. Augenbrauen sind sehr, sehr buschig. Und jetzt kommt's. Die Person ist männlich. Und hat sehr lange Haare. Und einen sehr langen Bart. Das Outfit würde ich ja definitiv anziehen. Und das Wichtigste. Er ist ein Senior.